Willkommen auf Grimmsheim Kino Kanal, heute das Wohnzimmer Teil 2. Heute geht es darum, ich habe hier oben ein Internetproblem, das heißt ich habe als Lösung dieses Steckersystem über Stromnetz, was es ja von den bekannten Anbietern irgendwo gibt, und habe festgestellt im Rahmen meines Umbaus, die einzige Steckdose hier oben, die sinnvoll funktioniert mit einer stabilen Internetverbindung, ist die, die ich vorher auch benutzt habe, wo der Fernseher noch auf der anderen Seite stand, und jetzt geht es darum, einmal das Ganze von den Netzwerkkabeln quer rüber zu legen, oder rüber zu legen auf die andere Seite, und das ist natürlich jetzt die Frage, wie macht man das am geschicktesten, Kabel, die auf dem Boden rumliegen, mag ich ja generell nicht so wirklich, und somit zeige ich euch heute, wie einfach man das darstellen kann, klar, die Lösung des Kabelkanals ist jetzt keine Wunderwaffe, aber ich zeige euch in diesem Video, wie ihr aus handelsüblichen 0815 Kabelkanälen individuelle hochwertige Lösungen zaubern könnt, und dabei braucht ihr keine Profi-Skills im handwerklichen Bereich, wer nicht gerade zwei linke Hände hat, der schafft das ohne Probleme, auch in Eigenregie. Da meine Netzwerkkabel jetzt von einer Seite zur anderen wandern müssen, ist die eleganteste Lösung dafür immer noch der klassische Kabelkanal, ich habe mich dazu entschieden, jetzt kommt so ein kleiner, ja ein Lifehack will ich es jetzt nicht nennen, aber ein kleiner Trick für den Kabelkanal, und zwar habe ich mich bei der Holzoptik dafür entschieden, weiße Kabelkanäle sehen ja, naja, nie wirklich schön aus, und egal was man damit macht, man kann sie immer irgendwo vielleicht ein Stück weit nochmal erahnen, je nachdem wie sauber man irgendwo mit einer Lösung gearbeitet hat. Jetzt gibt es einen kleinen Unterschied, und zwar, ich nehme die immer im Braun, und das braune passt schon mal grundsätzlich vergleichsweise gut zur Holzoptik, ist allerdings noch nicht super dezent, und für das super dezente kaufe ich zu den Kabelkanälen immer nochmal so eine Klebefolie in Holzoptik, die ja eben wirklich Holzoptik bei einer Vertäfelung, das passt schon. Ist nicht immer perfekt, der Ton, ist aber wirklich sehr nah dran und stört überhaupt nicht, weil ich muss dazu sagen, die fertig lackierte Holzoptik bei Kabelkanälen, die gibt es in den Baumärkten, wo ich bisher immer unterwegs war, naja, das sind so ziemlich alle, ich komme ja relativ viel rum, und da gibt es immer nur diese blöden, dünnen, Holzoptik lackierten Kabelkanäle, die sind mir erstmal viel zu teuer und auch viel zu klein, da kriegt man ja mit ganz viel Glück gerade mal so ein Kabel rein, und deswegen entscheide ich mich immer für die klassische Lösung, handelsüblicher brauner Kabelkanal, Klebefolie dazu, mit dem wir das Ganze dann halt optisch an die Holzoptik anpassen. Zur Verarbeitung brauchen wir eine handelsübliche Schere, und ein Cuttermesser, oder ich habe hier so ein Kartonmesser, ist das soweit, wo so eine Klinge drin ist, um halt Feinarbeiten am Ende zu schneiden. Das sind unsere Utensilien, die wir brauchen, und jetzt zeige ich euch, wie wir damit einmal einen schönen Kabelkanal in Holzoptik an die Wand bekommen. Grundsätzlich gibt es immer zwei Arten, wie ihr mit der Folierung bei den Kabelkanälen arbeiten könnt. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr niemals wieder an den Kabelkanal dran müsst, dann klebt die Folie einfach komplett ringsrum mit einem Stück, und ihr habt für den Rest eures Lebens Ruhe, ist die einfachste Lösung, ist auch die schnellste Lösung, und man kann nicht wahnsinnig viel falsch machen. Wenn ihr allerdings sicher gehen möchtet, dass ihr in Zukunft vielleicht doch mal irgendwie an so einem Kabelkanal dran kommen könnt, oder solltet, so wie bei mir, ich bastle ja gerne mal ein bisschen rum, dann kann man grundsätzlich immer zwei Varianten fahren. Man beklebt entweder beide Teile hier, Deckel und Unterseite einzeln, oder ihr macht das so, wie ich das immer mache, ich klebe komplett einmal ringsrum, und schneide am Ende hier die Fugen mit dem Cuttermesser einmal wieder auf, sodass der Deckel halt flexibel bleibt. Wir starten, indem wir die Folie einmal von ihrem Klebestreifen befreien, dann breiten wir die Folie einmal aus, legen den Kabelkanal da zur Orientierung drauf, damit man beim Schneiden nicht so lange grübeln muss. In diesen unterbrochenen Flächen ziehe ich immer einmal die Linie mit dem Stift hinten einmal nach, dass man so eine schöne Orientierungslinie für Schneiden hat, und dann geht es auch schon an das Ausschneiden. Beim Ausschneiden nehmt euch die Zeit und Ruhe, wirklich da ganz entspannt und in Ruhe den Streifen abzuschneiden, denn umso sauberer ihr arbeitet, umso weniger Theater habt ihr am Ende mit dem Ganzen. Die für mich praktikabelste Lösung, die Folie auf den Kabelkanal zu kleben, ist, indem ich das einmal so da drauf lege, dann ziehe ich ein Stück Folie ab, fange an den Kabelkanal an einem Ende da wirklich möglichst gerade drauf zu drücken, und dann ziehe ich wirklich ganz in Ruhe so Stück für Stück dann unter dem Kabelkanal die Folie ab, und drücke den Kabelkanal dann dabei an die Folie. Bevor wir jetzt die Ränder ankleben, ist es ganz wichtig, also die Folie ist jetzt nur oben auf dem Kabelkanaldeckel, die Ränder liegen offen, und das ist der Moment, wo es darauf ankommt, einmal alle Bläschen und Wellen, die potenziell hier drin sein könnten, einmal rauszunehmen. Ihr könnt dafür die Folie auch nochmal abziehen, wie gerade im Bild zu sehen, und könnt das nochmal sauber neu aufkleben, so lange, bis das Ganze vernünftig ist. Also ihr habt jetzt hier keinen Stress, oder es muss nicht direkt von Anfang an perfekt sein, oder wenn sich so eine Unsauberkeit eingeschlichen hat, dann ist das halt mal so, dann könnt ihr das hier nochmal ganz in Ruhe korrigieren. Wenn die Folie vernünftig oben drauf sitzt, dann geht es darum, die Ränder einmal anzukleben, das seht ihr hier, einfach nur umklappen. Jetzt könnt ihr euch auf zwei Varianten bewegen, und zwar die erste wäre es, komplett einmal ringsrum zu kleben, sodass auch die Rückseite beklebt ist. Ich bin immer etwas materialschonender unterwegs und klebe das nur so ansatzweise hintenrum und lasse die Rückseite soweit frei, und dadurch spare ich halt ein bisschen Folie, und ja, das ist halt im Grunde Geschmackssache, wie man das halt lieber mag, aber beide Varianten sind zulässig, beide Varianten funktionieren, somit überlasse ich ganz euch, wie ihr das umsetzt. Für den Fall, dass ihr ähnlich wie ich in diesem Video etwas zu sparsam mit der Folie wart und habt so eine Seite, die nicht hundertprozentig von Folie bedeckt ist, die kommt am Ende nach unten. Ich setze es ja auf die Fußleiste, davon wird man am Ende nichts mehr sehen, aber ist halt so eine Sache, die man beachten sollte. Sollte es eine hässliche Seite geben, in Anführungszeichen, dann macht sie nach unten. Abschließend schneide ich jetzt nochmal der Fuge entlang vom Kabelkanal. Einmal mit so einem, ja, nehmt ein Cuttermesser oder Kartonmesser, wie ich jetzt hier im Video, könnt ihr einmal da die Fuge wieder reinschneiden, damit ihr den Kabelkanal am Ende auch wieder aufklappen könnt, um ein Kabel dort drin zu verlegen. Das Ganze habe ich jetzt auch mit dem zweiten Kabelkanal gemacht, somit habe ich meine beiden durchgehenden Kabelkanäle einmal fertig foliert vorbereitet. Jetzt gilt es darum, die einmal komplett wieder aufzumachen, damit ich, wie gesagt, am Ende ein Kabel drin verlegen kann, beziehungsweise zwei Netzwerkkabel gehen da ja jetzt durch. Und dann geht es auch schon darum, das Ganze an die Wand zu bringen. Bevor ihr das Ganze an die Wand anschraubt, ganz wichtig zu beachten, wenn irgendwo ein Anschlusskanal über Eck kommt, so wie bei mir, dann legt diesen jetzt einmal an die Wand, damit ihr am Ende logischerweise die Kabelkanäle alle ineinander greifen, so dass ihr am Ende halt ein sauberes Ergebnis produzieren könnt. Der Kabelkanal wird jetzt einfach mit ein paar kleinen Schräubchen an der Vertefelung fixiert und das Ganze ist damit auch schon erledigt. Den zweiten Kabelkanal schiebe ich ganz dezent hinter dem Heizungsrohr her, also wenn ihr irgendwo Rohre oder ähnliches habt wie hier eine Heizung, immer dran denken, den Kabelkanal schön dahinter zu verlegen, auch die Kabel schon mal dahinter zu puzzeln, damit ihr da nicht nochmal neu ansetzen müsst. Und auch der zweite Kabelkanal wird mit ein paar Schrauben fixiert. Kommen wir nun zur anderen Seite, wo ich eben noch den Kabelkanal so reingelegt habe als Abstandshalter. Dieser wird jetzt mit einem Cuttermesser, hatte ich da so ein Stückchen rein, wo ich ihn gleich kürzen werde, so als Markierung. Zum Kürzen könnt ihr entweder so eine ganz normale Metallsäge nehmen, wie sie irgendwie jeder wahrscheinlich zu Hause rumfliegen hat oder für die ganz bequeme Variante oder ist auch am Ende ein bisschen sauberer, greife ich in diesem Moment gerne einmal zur klassischen Flex und schneide das wirklich nur einmal so runter. Zwei Dinge gibt es bei diesem Stück Kabelkanal noch zu beachten. Einmal muss ich an der rechten Seite so ein Stück vom Kabelkanal abschneiden, das markiere ich mir, weil das ist ja jetzt gleich offen, um die Kurve gelegt zu werden. Und einmal, wo die Kabel nach oben gehen, mache ich mir auch noch zwei Markierungen, wo ich gleich mit der Flex ein Stück ausschneiden werde, damit die Kabel oben aus dem Kabelkanal hinaus können. Zum Schneiden schiebe ich einfach den Deckel vom Kabelkanal einmal rüber, schneide das ab, dann schneide ich ganz vorsichtig einmal in den Kabelkanal selber rein, so hier, wo die beiden das Stück gleich rauskommt. Dann klappe ich dieses Stück einfach nach oben, drehe den Kabelkanal halt nach unten und schneide von der Rückseite einfach nur das Stück Plastik ab. Und schon haben wir fertig die Öffnung für unsere Kabel und das ist eine sehr saubere Lösung. Jetzt habe ich das Ganze foliert, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt schneiden wir natürlich einmal unser Löchlein wieder rein, was ich ja gerade gesägt habe für die Kabel, das drücke ich hier jetzt einfach nur so um. Da schneide ich gar nichts groß raus, das funktioniert so, das ist eine ganz gute Lösung. Und dann schneide ich natürlich einmal wieder die Fuge rein, um das Kabel gleich auch reinzulegen, beziehungsweise die beiden. Und dann kommt das Ganze auch schon an die Wand. Wieder mit zwei, drei Schräubchen wird das Ganze fixiert und einen Arbeitsschritt weniger. Jetzt müssen wir noch den kleinen Steg nach oben machen. Den markiere ich wieder einmal, wo er abgeschnitten wird. Also geht es dann damit wieder nach draußen. Einmal wieder die Flex zücken und das ganze Stück einmal cutten. Dann wird auch das wieder schön mit Folie versehen. Die schneide ich hier gerade einmal runter. Kommt die Folie drum. Einmal wieder einschneiden, um das Kabel zu verlegen. Jetzt kommt der spannende Moment, wo das Netzwerkkabel einmal außer Wand muss, denn der Kabelkanal kommt jetzt final dran. Diesen fixiere ich jetzt auch mit zwei Schrauben. Ganz einfach und unproblematisch. Die schraube ich auch durch den Kabelkanal. Da hier jetzt keine Orientierungsschrauben mehr oder Löcher da sind, um es an die Wand zu schrauben, schraube ich einfach durch den Kabelkanal durch. Ist ja eine sehr bequeme Lösung. Tut nicht weh. Fällt nicht großartig schwer. Und das Ganze ist damit auch schon erledigt. Jetzt kommt der spannende Moment, wo es darum geht, die Kabel einmal da rein zu verlegen und den Kabelkanal wieder zuzudrücken. Ich mache das jetzt einmal Stück für Stück hier. Oberer Bereich. Zack. Schon erledigt. Jetzt haben wir den Bereich hier an der Seite unseres kleinen Stückes. Da haben wir ja an der Wandseite ein Stück rausgeschnitten, damit da eben das Kabel auch rumpasst. Also, dass der Kabelkanal nicht ganz bündig in der Wand hinten schließt mit dem Deckel, sondern nur eine Lücke, für die das Kabel ist. Den drücke ich jetzt hier auch einfach nur ganz einfach wieder an. Beim Andrücken einmal gucken, dass man auch schön wieder oben über die Folie streift, damit man halt da, ja, durch das Aufdrücken kann sich das mal ein bisschen verbogen haben irgendwo, dass man da so eine kleine Lücke irgendwo hat. Aber wenn ihr da mit dem Finger einmal rüber streicht, dann ist das Ganze auch schon sauber und fertig gelöst. So, das Gleiche geht es jetzt nochmal bei den ersten zwei Metern auf dem Weg nach vorne darzustellen. Dann wird einfach nur wieder reingezogen und angedrückt. Und das Gleiche mache ich jetzt auch mit dem Kabelkanal auf der vorderen Hälfte. Und das ist ja ein bisschen fummelig. Man kriecht so ein bisschen auf den Boden rum, muss da mal ein bisschen rumdrücken. Aber das ist eigentlich ja immer ganz gut zu verlegen. Ist halt ein klassischer Kabelkanal. Also durch die Folierung wird das Handling vom Kabelkanal nicht schwieriger. Im Gegenteil, es wird sogar ein bisschen einfacher, wenn man halt nur auf einer Seite einschneidet. Denn dadurch kann der Kabelkanal schon mal nicht mehr wirklich verrutschen, der Deckel davon. Jetzt versuche ich für euch einmal möglichst sauber einzufangen, wie das ganze Endergebnis aussieht. Jetzt habe ich hier so zwei kleine Sachen, die ich anmerken kann. Hier habe ich ein bisschen Spannung draufgekriegt. Da ist mir die Folie eingerissen. Da klebt man dann einfach nochmal so ein mini Stückchen Folie drauf. Das ist schon erledigt. Und bei den Übergängen von einem Kabelkanal zum anderen kann man das auch nochmal machen. Kleinen Streifen draufkleben. Hier in der Nahaufnahme sieht das furchtbar aus. Aber wenn man mit der Kamera mal einen halben Meter oder Meter von weg geht, dann fällt das auch schon überhaupt nicht mehr auf. Dann sieht man davon gar nichts mehr. Ihr seht, es ist eine sehr saubere und hochwertige Lösung für einen Kabelkanal. In meinen Augen ist es die hochwertigste Lösung für einen Kabelkanal innerhalb eines Holzhauses. Und es ist mit ein bisschen handwerklichem Geschick problemlos umzusetzen. Ein paar Momente später habt ihr das fertige Ergebnis von meiner heutigen Arbeit gesehen. Und das Schöne am Ganzen ist, ich habe ja von meinem Restkabelkanal immer noch so ein Stückchen über für zukünftige Projekte. Und auch von der Klebefolie seht ihr hier, ich habe hier nochmal ganze Bahnen und noch ein Stück vollständige Rolle, die wirklich darauf warten, in Zukunft nochmal zum Einsatz zu kommen. Der ganze Spaß für diese, was sind das jetzt, 4,5 Meter Kabelkanal in Holzoptik, haben mich jetzt gekostet 10 Euro, die ich investiert habe. Da muss ich dazu sagen, das ist wohl so ziemlich die günstigste und dabei schönste Lösung, wie man zu einem vernünftigen Kabelkanal kommen kann, wenn man nicht die Möglichkeit hat oder will, eben den in die Ecken zu setzen, dann noch zu verspachteln und zu tapezieren oder zu streichen. Es gibt ja verschiedene Videos, wie Kabelkanäle unsichtbar platziert werden können mit relativ viel Aufwand. Bei Holzoptik beispielsweise oder Holzhäusern ist es generell ja tödlich, weil ich kann hier nichts verputzen und streichen an der Holzwand, das sieht immer blöder aus, muss man ganz klar dazu sagen. Und deswegen ist diese Kabelkanallösung wirklich eine sehr einfache, muss man ganz klar dazu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was zukünftig auf meinem Kanal so stattfindet, abonniert ihn, aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß.